Hi, mein Name ist Jules, ich bin 19 Jahre alt und skate seit ungefähr sechs Jahren, also seit 2011. Und angefangen habe ich, meinen Kopf freizubekommen, mich vor Problemen zu drücken, vor der Schule zu drücken, einfach mal ein Ding für mich alleine habe und mich so dementsprechend abdenken konnte. Am Wochenende gehe ich eigentlich immer im Märkischen für das Skaten oder an der Warschower Straße. Also, wenn ich dann mal Zeit finde, Skaten tue ich eigentlich lieber mit Freunden, am liebsten mit Janik eigentlich, weil es eigentlich immer mit ihm Spaß macht. Und wenn man mal hinfällt, dann ist das halt auch nicht so schlimm, weil man miteinander lacht und dann geht es eigentlich wieder. Aber ich finde, dass es noch mehr Mädchen geben sollte, die wie ich skaten. Einfach diesen Flow mitbringen und einfach glücklich sind bei der Sache, sind sich nicht darauf fixieren, die Beste zu sein, sondern einfach nur Spaß darin zu haben. Ansonsten würde ich halt einfach jedem sagen, mach was du möchtest und hab einfach Spaß dabei. And also, wenn ich ja gar nichts bin, die Beste zu sein, wenn ich so mache, oder wie ich es selber mache.